Soll ich mal Hugo fragen, 1 gegen 1 um 400 Euro? Was willst du? Hugo! Ja? Wie geht's dir? Scheiße. Warum? Halt deine Fresse. Ey, 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 ey. Nicht auflegen, nicht auflegen, nicht auflegen. Ich wollte dir anbieten, dein 1 gegen 1 zu machen. Warum? Ja, du hast ja immer gesagt, wegen Madeira. Du hast mich ja das letzte Mal gefickt, als du in Luxemburg warst. Hast immer gesagt, wegen Ping, Ping, Ping. Und jetzt bist du ja in Luxemburg, weißt du? Deswegen wollte ich dir anbieten, vielleicht wieder dein Geld reinzuholen. Ich fick dich. Ja, um 400 Euro? Nein. Nein? Und die Ese. Da gibt's leider nichts zu holen. Nein, ich hab kein Geld mehr. Ich hab mein ganzes Geldkarte verloren. Okay, dann lass doch mein Huni machen. Digga, ich habe kein Geld mehr. Okay, dann, Puffi. Nein! 10 Subs. Ja, 10 Subs. Okay, komm. Okay, komm, bis gut. Okay, komm. Das war's mit ihm. Hugo? Was geht ab? Wie geht's dir? Gut dir. Mach bereit. Warum denn so genervt? Mach bereit. Mit Lenkrad oder ohne? Ohne. Du weißt nicht, wie ich dich jetzt ficken werde. Seid, 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 seid. Hugo, ich sag dir eine Sache. Ja, was denn? Du bist wirklich ein sehr, sehr guter Junge. Du solltest nicht so viel Geld verspielen. Ja, du bist aber der Grund, warum das passiert. Wie, warum bin ich der Grund? Digga, du kommst hier rein und willst 1-1 um Geld. Ah, hast du auch wieder recht. Komm, das starten. Gegen dich habe ich aber eine realistische Chance. Safe, safe. Wie er macht, wie er macht. Also, ich habe seit fünf Tagen nicht gespielt, ne? Digga, was laberst du? Das Fortentudio ist nicht mal fünf Tage her. Ah, true. Ach so, warte, Speed Realistic? Keine Ahnung. Warte mal. Digga, was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Map? Wie viel spielen wir denn? Mit zehn. Also, wer jetzt erstes zehn hat oder? Wer jetzt erstes sechs Mal gewonnen hat. Ah, okay, so. Okay, check ich. Das kann nicht sein. Ich schwöre, das kann nicht sein. Was ist das für eine Map, Digga, ja? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Halt die Fresse, Digga. Wie zum Fick. Digga, hast du alles abgebaut? Wo bist denn du? Da hat einer keine Metz mehr, ja? Gibt es hier auch eine Zone, oder? Ich weiß nicht, was das für eine Kacklein ist. Wo ist der, Chat? Kleiner Bastard. 1-0, oder? Digga, ich geh jetzt einfach nur nach Trauben. Versteck mich nicht mehr. Okay. Oh, schade. Ich bin stark, Digga. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Warum sagst du nichts? Ich fahre gerade mitz, Bro. Das kann nicht sein, Digga, ich schwöre! Was? 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 Oh, oh, oh. Digger, wo bist du? Mann, ich hasse mein Leben, Digger. Mann. Mann, ich hasse mein Leben, Digger. Mann, ich hasse mein Leben, Digger. Okay. Wo bist du? Hallo? Ugo? Versteckst du dich jetzt? Nein, du komm runter. Ich bin unten. Hm. Ja, passt so, diri. Gegee! Ja, ich auch. Immer wieder gerne? Ja, lebt nicht, tut mir leid. Wie lebt nicht? Geht nicht. Wie geht nicht? Egal, wir schreiben auf Deckel, Ugo. Kannst du irgendwann bezahlen, wenn du grad flüssig bist, weißt du? Ey, ich wünsche dir auch wunderschön. LEB ZUG OF DEN VWC GIFTEN! Ey Bruder, ich danke dir für deinen Support, dass du mich jedes Mal so unterstützt. Das freut mich so! Ey, danke Mann! Kuss! Danke! Oh mein Gott, du bist so ein Ehrenmann-Supporter, Digga. Hugo, Digga, du hast mich so viel weitergebracht in den Grane. Ich danke dir dafür. Ja, ich war eins gegen eins. Hat mir so viel Spaß gemacht. Ey, warte mal! Ey, bevor du gehst, Hugo. Kannst du mir mal erklären, warum du zu... Beim Turnier... Das ist eigentlich ein Skandal. Beim Turnier ist wirklich Hugo zum Setter von Sydney gegangen und hat den Bananengleiter ausgewählt. Das war ich nicht! Das war Hugo! Und jeder hat es gesehen! Das war ich nicht! Doch, doch, doch! Digga, dass du dich jetzt auch noch versuchst, hier rauszuregen, ist echt, echt... Ich war das nicht! Halt deine Fresse! Krank! Das war er selber! Krank, 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 krank! Und noch die Bananen-Splitzhacke! Bei Willi haben wir es gemacht! Bei Willi hast du es gemacht? Ja, weil die sich immer drüber drüber... Was?! Das gibt ein Tweet! Okay, Hugo, hau rein, ja? Ich wünsche dir sehr viel Spaß! Ich wünsche dir was... Okay, tschau! Tschau! Ahaha! Ahahahah! Ahau! 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 Let's gooo! Ich bin 40€ reicher! 40€ reicher! Let's gooo! 40€ reicher! Let's gooo! 40€ reicher! Und so einfach, meine lieben Freunde, macht mein Geld. Ist...